Hallo, wir sind jetzt hier bei Brigitte, unsere Stütze hier im Empfang. Und die Brigitte ist eine Patientin von Gerhardt und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, bei der Meinungsumfrage mitzuwirken. Jeder Gast, der heute kommt, füllt eine Meinungsumfrage aus. Brigitte, was kommen die Leute da sehen? Über welchen Kanal nehmen Sie Informationen bestens auf? Ja, Gesundheit, Sport und Bewegung, Ernährung, essbare Kosmetik, Alltags- und Lebensführung, Zukunft, Umwelt, Planet und Universum. Fein, und am Ende dürfen die dann auch ihren Namen und ihre Adresse einstellen, ist das? Ja, gerne. Ich mache gerade ein Video. Natürlich. Und am Ende machen Sie Name, Adresse einstellen? Ja, genau. Genau. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail. Genau. Also, wenn ihr auch so ein Video, wenn ihr das Video gesehen habt und auch eine Meinungsumfrage ausfüllt und Brigitte ist dann nicht mehr da, dann freuen wir uns auch, wenn ihr es dann an uns schickt. Das ist eine große Unterstützung für Welcome im Glashaus und Naturheilbund, weil wir dann genau das ausüben und Vortragswesen und bilden können, was euch wirklich interessiert. Und darum, danke Brigitte, dass du uns heute geholfen hast. Das ist sehr wertvoll. Gerne. Vielen Dank.